Am Ende des Tages, egal wer was wie von dir denkt, für deine Kinder bist du immer der Held. Ein zentraler Satz von DSDSU war Pietro Lombardi, gesprochen bei seinem ersten Konzert nach der Skandalnacht zu Hause. Trotz der Schlagzeilen sind die Fans nach Bielefeld gekommen und feiern ihren Liebling. Doch nicht alle Reihen sind voll, wie deutlich zu erkennen, als Pietro einen Song performt und durch die Zuschauerreihen geht. Dennoch, dieses Konzert fühlt sich anders an, auch bei dem einstigen Superstar. Manchmal sind Zeiten hart, aber Laura und ich waren nie getrennt, sind nie getrennt. Und wir werden uns auch nicht für solche Pappnasen wie euch trennen. Dankeschön. Mit seinen Hits hat er die Fans voll im Griff. Doch auch an ihm geht der Skandal nicht spurlos vorbei. Es gibt eben im Leben Momente, die nicht so schön sind, aber die gehören auch dazu. Und durch diese Zeit muss man durch. Und durch diese Zeit gehören muss man durch. Vielen Dank.